Was geht ab? Heute kommt ein Statement, aber diesmal hat es nichts mit dem Einbruch zu tun, sondern es geht verdammt nochmal um Instagram, Digga. Was ist los mit euch? Was hat Instagram für ein Problem mit mir, Digga? Antworte mir. Was ist euer Problem, Instagram? Also liebe Instagram-Mitarbeiter, ich möchte nicht unsympathisch werden, aber gucken wir uns mal gewisse Profile an, die sind einfach online, Digga. Und mein Profil ist einfach endgültig gesperrt. Ihr müsst eines wissen, als ich gestern das Video gemacht habe, wo ich darüber geredet habe, dass der Account gesperrt ist, hatte ich noch immer eine Hoffnung, so eine kleine, so eine ganz kleine Hoffnung, Digga. Der Account ist wieder back, den bekomme ich easy, Digga. Wie viele Menschen haben es wieder geschafft, ihr Konto zu bekommen? Easy, Digga. Easy. Nee, Bruder, ich wurde so genommen. Mich haben sie so genommen, Digga, dann so und dann so, wieder. Dann haben sie so gemacht, dann so und dann nochmal so. Das haben sie mit mir gemacht. Gestern war immer wieder die Information, wir werden sich das alles anschauen, deine Beschwerde, etc. und werden sich bei dir melden. Wir werden sich bei dir melden. Keiner hat sich bei mir gemeldet, Digga. Ich melde mich heute Mittag nochmal an, versuche wieder reinzukommen. Auf einmal kommt diese Meldung. Jetzt kommt einfach diese Meldung, Digga. Ich war in dem Zeitpunkt in der Arbeit. Ich denke mir so, Instagram, Digga. What's your Problem, man? Bruder, du musst weiterarbeiten. Easy peasy, lemon squeezy, dies, das, ananas, pipapo. Ich denke mir so, easy, man. Easy. Wir gehen auf diesen komischen Link da, was sie mir geschickt haben. Irgendeine Telefonnummer von Chibukistan. Ich denke mir so, kein Problem, Bruder. Gehen wir mal rein und lesen mal ein bisschen durch. Ich gehe rein in diesen Link. Auf einmal steht dieser Absatz und gucken wir uns mal den letzten Satz an. Es ist uns nicht möglich. Konten wiederherzustellen, die aufgrund derartigen Verstöße gelöscht wurden. Alles klar, Digga. Kann mir irgendjemand da erklären, was für Verstöße ich getan habe? Irgendjemand, Bruder. Komm, du, komm. Fällt mir das nicht. Überlegen wir uns das mal. Die sagen, aufgrund solchen derartigen Verstößen, als hätte ich, Bruder, hat Trump genommen den Schwitzkasten und hätte ihm die Haare rausgezogen. Bruder, was hast du getan, Digga? Du hast irgendein Kind so überfahren, Digga. Was ist los mit euch? Was habe ich getan? Mein letztes Foto auf Instagram war ein paar Wochen her. Das war schon zu viel. Instagram hat sich gedacht, Bruder, das, was mich halt am meisten kaputt macht, Digga. Komplett Kopf so richtig so. Viele Leute schreiben mir privat so beim zweiten Account, den immer noch 100 Leute abonniert haben, Digga. Schaut mal vorbei. Dort kommen Aufnahmen und Leute schreiben mir. Ich hatte gestern, glaube ich, 60 Nachrichten. Da schreiben mir Leute, ey, Bruder, es ist so schade, dass du 8000 Abonnenten hast auf Instagram. Es ist so schade, Digga. Es tut mir so leid, Digga. Jetzt ist Schluss mit lustig. Verbreitet das Video, wenn irgendjemand irgendeinen kennt, der bei Instagram arbeitet. Ich bitte euch von Herzen. Ich bin mir zu 100%ig sicher, ich habe nichts getan, was mit Verstößen zu tun hat. Wirklich, ich habe nichts getan. Ich habe aber trotzdem nicht aufgegeben, weitergesucht, dies, das. Gott sei Dank haben sich wieder einige gemeldet, haben mir versucht zu helfen. Einer hat sogar mit dem Support selbst geschrieben. In diesem Sinne, danke, Bruder, Herz an dich. Und ich habe dann einen Link bekommen, wo ich meinen Benutzernamen, meinen vollständigen Namen und meine E-Mail-Adresse angegeben habe. Daraufhin wurde mir diese Nachricht geschickt. In dieser Nachricht wird behauptet, Kollege, du hast hier einen Code, schreib diesen Code auf einen Zettel, schreib deinen vollen Namen auf den Zettel und deinen Benutzernamen und halte ihn deutlich vor der Kamera und danach wirklich deutlich das Fotografieren. Habe ich getan, habe ich ihn auch geschickt. Seitdem keine Antwort, Digga. Die haben sich gedacht, niemand, den lassen wir mal nötzen, ein paar Monate so stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass Instagram einfach da wäre, weil es wäre bombastisch, Digga, wenn alles so lief. Viele suchen mich, finden mich nicht. Viele denken, der zweite Account, weil er nur 200, 300 Abonnenten hat, der ist fake. Digga, Freunde, glaub mir, das bin ich, Digga. Ich habe weniger Abonnenten als manche 10-Jährige, die erst Instagram runtergeladen haben, Digga. In diesem Sinne, schaut einfach bei einem zweiten Account vorbei. Lasst uns gemeinsam noch YouTube auseinandernehmen. Viele schreiben auch in den Kommentaren und so weiter. Mein Hype ist vorbei, wenn ich nicht mehr über 7G-Videos mache. Junge, ich ziehe einfach weiterhin durch. Kack auf dem Hype und Kack auf die ist das Ananas. Ich ziehe weiterhin durch. Ich selbst, das war meine Entscheidung, dass ich jetzt mit 10 und 10 Videos stoppe. Wenn es etwas Neues gibt, dann mache ich wieder Videos dazu. Aber das war meine Entscheidung, Bruder. Das heißt, wenn ich möchte, werde ich weiterhin den Hype haben. Aber ich möchte auch den Fokus mehr auf mich legen. Checkt das mal. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Beste, alles Liebe. Ich grüße eure Herzen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. suggesting es euch dasis. Es ist das dachte, werde ich Elliot! T projeto Entw"? ist es realmente早 zu lucruendädрудlos?